Startposition. Schlägerkopf nach oben. Bewege dich vor dem Schlag. Splittstep. Landung auf den Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages. Bewege dich nun zum Ball. Letzter großer Schritt seitlich nach außen. Gewicht auf den rechten Fuß. Treffpunkt. Vorhand aus offener Fußstellung. Rechter Fuß seitlich hinter dem linken, körperfrontal zum Netz, Knie nahezu gestreckt. Endposition. Blick über den Ellbogen zum Netz. Knie tief beugen beim Ausholen. Möglichst breiter Stand. Füße zeigen zum Netz. Musik Musik Trainingsaufgabe Spiele 10 Vorhände hintereinander, zähle deine Treffer ins Feld. Nach jedem Schlag wieder zurück in die Startposition und halte dabei den Blick immer nach vorne. Mehr als 5 Treffer im Feld gelandet? Dann stecke dir Zielfelder ab, in die du die Schläge platzierst.